hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von jurassic world evolution dinosaurier kann freigelassen werden dann gehen wir doch direkt da mal hin lassen unseren dino frei so zum start in diese folge müssen einen mit hirnalterung machen ok so ein styracosaurus mit hirnalterung es war doch gerade so einer oder das ist ein styracosaurus pflanzenfresser ok mit hirnalterung da müssen wir mal gucken wo ich das finde das ist farb gehen was haben wir herr hätte der zähne reaktionsgeschwindigkeit intuitives lernen aggressives verhalten herrte der zähne ok verteidigung zähigkeit der haut wieso sabotiert mich da jemand so ausbrüten wo wird hier sabotiert das wird sabotiert ok durch sie ist die unterhaltungsabteilung das kronjuwel dieser gesamten einrichtung geworden ranger team 2 aufgabe hinzufügen neu starten und wo ist das zweite da ranger team 1 du darfst das hier neu starten nicht dass sie irgendwelche dinos noch auf dumme ideen kommen was sie ja vermutlich tun werden so fossilien ansehen sehr gut so wer sabotiert denn da einfach so ihr könnt eigentlich wieder losziehen meluziraptor ja geht mal da hin ein toter dino ein korytosaurus totweil altersschwäche 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 ist genehmigt äh transport noch einer der tote ist warum totweil altersschwäche ok äh ein korytosaurus keine panik jungs alles gut äh können wir gerade einen neuen machen korytosaurus der kollege war das ok so das war wieder so einer wie sieht es bei euch aus sozial ist ok wald ist auch noch ok bestand geht noch so oh hallo 1 bis 20 gut dann ist ja alles gut so und ich lasse mal frei mit hirnalterung so haben wir erledigt expedition abgeschlossen warum hat er das hier nicht hat er das nicht genommen hat er das nicht genommen ach so ok ach so ich muss das auch ah halt ah ich muss es auch anwenden ja das war jetzt mein fehler ok ähm gut dann machen wir es jetzt brüten wir ihn jetzt nochmal aus ich hoffe das werden dann nicht zu viele von den kollegen bestand oh das ist ja zu viel äh dann verkaufen wir den kollegen da gerade mal oder können wir den hier noch mit unterbringen wie sieht denn das bei euch aus bestand geht noch so äh akku team aufgabe hinzufügen denn da bevor der hier auf dumme ideen kommt bringen wir den lieber mal weg wie schaut denn das bei euch mit wie die soziale gruppe 2 bis 5 so den können wir gerade mal freilassen den kollegen hier so grüß Gott dann haben wir das nämlich auch oh ja finden sie mit Hilfe des Expeditionszentrums ein Fossil eines kleinen oder mittleren Pflanzenfressers dort kriegen wir hin äh Transportthemen bringen wir dich mal hier hin so dann kommen wir den nächsten dort nämlich auch was so ich habe mich gerade schon gewundert warum ich da nicht anklicken kann aber Fotostation muss aufgefüllt werden ja das verkaufen mal kleiner kleiner oder mittlerer äh da eher nicht so Futterstation muss aufgefüllt werden hoppla da wollte ich nicht hin da ist unser Ranger Team wo mangelt es denn äh die dort okay äh Aufgabe hinzufügen na dann könnt ihr hier die auch direkt mal voll machen und ihr könnt hier gerade mal euch um die zwei kümmern so dann könnt ihr hier nämlich auch gleich und dann machen wir die hier auch gleich noch voll dass wir das auch erledigt haben bestätige Aufgabe so da müssen wir hier noch den Dino freilassen das ist jetzt der mit Hirnalterung den setzen wir aber auch gleich mal um so Aufgabe abgeschlossen danke 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 so den setzen wir nämlich auch gleich mal um ah Aufgabe äh so beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag das blieb nicht unbemerkt danke ist immer noch eine Futterstation äh leer Triangosaurus ist tot äh die ist doch nicht leer 4 von 5 wo ist denn die leere ach da da haben wir auch noch Dinos ok stimmt ja wo ist mein Ranger Team so dann darfst du den auch gleich noch voll machen und ein toter Dino so unser Transport Team darf hier einmal den Kollegen transportieren hier hin bitte zum einsammeln des Produkts unterwegs und hier muss noch irgendwo noch der tote Dino sein da unterwegs um Produkt einzusammeln so dann können wir so ein Hyannosaurus gleich nochmal nachproduzieren das wird das das wird da auch wieder die richtige Menge haben so ok ähm euch zwei wird das nicht zu viel ne nö Bestand passt Wald ist ok Grasland ist bestens wie schaut es bei dir aus deine Zufriedenheit könnte besser sein äh Grasland Sozial ja da kommt jetzt aber noch einer dann wird das mit dem Sozial auch besser hoffe ich ansonsten Wasser Grasland Wald alles bestens in Ordnung das ist Sozial ja das da arbeiten wir gerade dran guck da kommt das schon so da dürfte jetzt auch alles wieder hochgehen hoffe ich doch Sozial ist jetzt ja so gerade in Ordnung machen wir euch noch einen Dino kann freigelassen werden so ja die kennen wir ja die Kollegen so machen wir gleich noch so einen Tyrannosaurus ausbrüten läuft dass die Kollegen noch einen dritten haben und sich hier nicht irgendwie einsam fühlen äh 4 von 10 ok könnten wir auch noch auffüllen dann haben wir das erledigt so läuft ja ähm wir brauchen wieder eine Aufgabe ne ach es gibt extrahieren so ähm Aufgabe Aufträger da müssen wir noch freischalten Sicherheit ach so da äh fühlen sich gerne sicher das ist unser Job dieser Auftrag unterstützt uns dabei ein Baronyx Genom ok wo finden wir das ein Baronyx Genom ist das ein Dino muss ja eigentlich ne Frage ist wo ist der Melociraptor setzt weitere Expeditionszentren voraus brauchen wir dann noch eins weil so finde ich hier ja erstmal nichts ne oder sehe ich das falsch Baronyx Baronyx hier gibt es nichts da gibt es auch nichts hm 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 die große Frage ist wo finden wir das das ist die ganz große Frage Dino kann freigelassen werden ok reicht das wenn wir da eine weitere Station bauen freilassen so da müssen wir noch gleich einen gleich betäuben das machen wir jetzt sofort bevor da hier stinkig wird gerade freigelassen wird schon getäubt aber das muss leider sein drei Velociraptor Eier aus ok drei Velos wie sieht das bei euch aus hinsichtlich Bestand ja passt noch dreimal oh ist das Velociraptor kann man hier Upgrades machen Ausbrütungs dann machen wir den Erfolgsrat mal gleich höher so Ausbrütungstempo ist noch gesperrt aber Brutkapazität kann man nochmal erhöhen so noch einen dritten Velociraptor so eintreffender Tropensturm Gesundheit ist nicht so fit ok kriegen wir hin was hat denn der Campylobacter machen wir alle auf gibt den Sturm sicher ist sicher achso hier muss eben die Null sein der da rum liegt dort du kommst bitte hier hin so dann hoffen wir dass jetzt keine Dinos oder so auf die Ideen kommen Struktur beschädigt Aufgabe hinzufügen bitte reparieren sonst ist hoffentlich alles noch ganz was ist das es scheint alles in Ordnung zu sein okay Schutzräume sind offen das ist gut so da ist ein Zaun beschädigt Ranger ach Quark ich wollte kein neues Team naja bitte reparieren bevor hier irgendein ey hörst du wohl auf war ja klar so jetzt gehe ich auch gleich gut das sind Sturm waren die alle noch in den äh Schutzräumen sind so kann dahingehend zumindest mal nicht ganz viel passieren so so äh Transport danke ich denke wir beginnen einander zu verstehen sammle Produkt ein so wo sind die anderen zwei wo sind die hin wo sind die hin da ist der eine und wo ist der dritte da oben ah ja okay gut dann können wir den da abholen so so der noch und der auch noch so dann können wir die drei kollegas auch gerade freilassen die hübschen und wie ich sehe ist die zeit auch schon wieder um ja dann sage ich damit einfach mal vielen dank fürs zuschauen ich hoffe die folge hat euch gefallen und ihr seid das nächste mal wieder mit dabei wenn wir ja unsere zuschauer können wir hier wieder freilassen ja wenn wir hier weiter versuchen unsere insel auf fünf sterne zu bringen in diesem sinne tschüss bis zum nächsten mal ja